Was für ein Ball! Wo macht dieser Matchball abgewirkt? Ein unglaubliches Spiel. Beide geben 100 Prozent. Voller Angriff. Malong gewinnt. 2011 in Schwächert. Die neue Nummer 1 in der Tischtennis-Weltraumliste. Malong aus China gewinnt gegen Zhang Jike, den Weltmeister. Nachzeitig hinbleiben aber jetzt noch der Entscheidung dieses Semifinalspiels. Auf Sendung! Und im Anschluss daran, an dieses Semifinale geht es dann nach Amsterdam. Aber schauen Sie sich diesen Ball an! Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ohne ... Ich bin froh. 11-4 von Mizzatani Mohan Topspin von Mahlong ist almost going parallel zu den Ness at one time here we go doch recht viele Fehler und das nächste offensiv gespielt wird mit Topspin jetzt sieht er da, sieht er durch was geht Jan Zicke einfach bei Blocken jetzt der Gegend Topspin was für ein Ball da blockt er noch Jan Zicke jetzt kann ich an zum Gegenziehen jetzt gehts da hin auf 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 Topspin, was in the backhand? Fantastisch! Man will get the body work. Man will get the body work. Man will get the body work. Power player, Malone. Man will get the body work. One more time. Man will get the body work. Ah, cool! Another! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!